So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters, der Nummer 203 insgesamt. Und auch diesmal wieder gleich so die Vorwarnung, dass hier ist eine weit im Voraus aufgenommene Episode, weil ich eben in der Sommerpause sein werde, während ihr das hier seht. Und, also, joa, das heißt, ich kann nicht auf Kommentare reagieren, die ihr irgendwie unter der letzten Episode oder sogar unter der vorletzten Episode gepostet habt. Also, falls ihr mich da auf irgendwelche großen Fehler aufmerksam gemacht habt, dann, joa, habe ich das nicht mitbekommen bislang. Ja, wir machen das, was wir immer machen erstmal, Draft, letzte Episode. Waren es, wie viele hatten wir letzte Episode? Fünf Siege, das ist jetzt so eine mittelmäßige Leistung inzwischen, so für meine Verhältnisse. Aber jedenfalls keine schlechte Leistung. Die Episode davor waren es nur drei Siege, das war mies, und die Episode davor waren sieben Siege, das war sehr gut. Ja gut, wir nehmen den Sukobus, der ist auf jeden Fall eine gute Einheit. Die nehmen wir auch, auch wenn sie keine Brücken mehr einnehmen können. Diese tubende Verstärkung fand ich gar nicht so schlecht bislang, das ist, aber nehmen wir jetzt nicht. Aber das ist einer meiner Lieblingstauber, den muss ich nehmen. Oh, da war gerade eben irgendwie ein kurzer, ne, ich habe heute irgendwie so ein paar Probleme mit dem Internet, oder nicht nur heute, auch gestern, aber ich meine, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich muss die Episoden demnächst mal aufnehmen, und ich meine, das ist ein Vodafone-Problem. Vodafone-Probleme regeln sich nicht mal eben so in einem Tag, da kann man lange warten. Also, ja, ich muss jetzt das Beste daraus machen und hoffen, dass ich nicht deswegen wieder irgendwelche Spiele verliere. Ah, das ist scheiße. Die sind mir zu teuer, und denen will ich eigentlich ungern haben, weil ich habe ganz sauber, die auch Flugeinheiten erwischen. Der ist eigentlich nicht schlecht, aber ist nicht mein Fall. Die sind mir echt zu teuer. Das sind nicht meine Einheiten. War das Craterallye schon immer so teuer? Ich müsste mir einmal wirklich wieder ein bisschen genauer die Patch-Notes ansehen und ein bisschen genauer darauf aufpassen. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen verwirrt, weil ständig ändern sich irgendwelche Kleinigkeiten, und ich kriege es erst viel später mit, und dann denke ich mir, war das schon immer so, oder? Dann kommt natürlich noch dazu, dass ich nicht so wahnsinnig viel gespielt habe. In den letzten Monaten vergisst man dann auch einfach Dinge, die tatsächlich schon immer so waren. Ja gut, ich will jetzt nicht noch ein zweites Mal die Craterallye drin haben. Jetzt habe ich auch schon zwei Zauber drin. Dann nehmen wir halt hier, ja, nehmen wir die halt. Das ist nicht meine Lieblingseinheit, aber wir bräuchten eigentlich noch was für den Nahkampf. Ja gut, dann nehmen wir halt den Vernichter 9000, oder? Wie gesagt, wir brauchen wirklich noch was für den Nahkampf. Und der ist gut für den Nahkampf. Was ist... Na... Ich bin nicht so der Geschütztyp. Ich mag gar nicht mehr Einheiten, die laufen können, oder fliegen. Ich meine, das ist nicht schlecht, aber... Ich meine, ich habe jetzt... Na, der ist jetzt halt auch blöd, weil ich habe jetzt diese Einheit hier, die ist auch für Gruppen. Der ist für Gruppen, das ist... Noch einen Zauber will ich eigentlich auch nicht drin haben. Zumal der relativ schwach ist, wenn es ein Feuerball wäre, dann vielleicht. Dann nehmen wir halt doch das Ding, oder? Explosionswagen ist eigentlich eine tolle Sache. Blitzschlag... Aber ich glaube, ich habe halt jetzt echt... Ich bräuchte mehr Einheiten. Ich habe jetzt hier was Stationäres. Zwei Zauber, ich will da nicht zu viel... Ach Quatsch, was rede ich denn? Das ist der Explosionswagen, natürlich, der kann sich ja bewegen. Ich war gerade in Gedanken irgendwie bei diesem Raketensilo. Der Explosionswagen, ja... Der kann aber halt nicht viel einstecken, oder? 180. Ich bräuchte... Ich hätte eigentlich noch was gebraucht, was ein bisschen mehr einstecken kann. Wie viel steckt der hier ein? 170. Ja, gut, das ist keine Verbesserung. 4,7 ist auch etwas teuer. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Deck diesmal. Nehmen wir halt den Explosionswagen. Der ist ja eigentlich nicht schlecht, das ist nur irgendwie... Naja... Mir fehlen irgendwie die starken Nahkampfeinheiten. Gut, der Vernichter ist dabei. Und das ist mir auch ein bisschen zu teuer insgesamt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es wird hoffentlich nicht so schlecht laufen, dass ich weniger als drei Siege habe. Das wäre wirklich peinlich. Ich meine, eigentlich sind mir schon drei Siege peinlich. Vier ist eigentlich inzwischen zu meinem Minimalziel. Also immer so ein bisschen mehr gewinnen als verlieren wenigstens. Alles, was drunter ist, ist mir jetzt eigentlich zu wenig. Am Anfang war das noch anders, aber da war ich eben auch noch ungeübt. Jetzt habe ich ja doch so ein bisschen Übung im Draft zumindest. Sollte man zumindest meinen. Na, hätte ich jetzt gar nicht mehr hinspielen müssen. Das war jetzt zu viel. Das war Overkill. Aber was soll's. Na gut, aber wir haben die Brücken zumindest mal gehalten. Viel mehr haben wir jetzt nicht gemacht. Ich muss jetzt diesen Wagen spielen, weil sonst habe ich jetzt nichts, was ich hier wirklich spielen könnte. Oder weil es wirklich Sinn machen würde. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Na, die habe ich jetzt aber auch nicht so richtig gut gespielt. Den auch nicht offensichtlich. Ähm. Spielen wir das mal hierher? Achso, ich hätte ihn auch einfach betäuben können, König Trottel. Ah, das ist schade. Naja, das war jetzt nicht gut. Na gut. Ja, das war Verschwendung. Den hätte ich da nicht hinspielen müssen. Aber dann ist zumindest mal die Karte von meiner Hand weg. Ah, Mist. Achso, der kann ja die Brücken nicht einnehmen. Ach, ich idiot, wieso vergesse ich das immer noch? Ah. Also langsam ist es mir doch wirklich mal klar geworden sein. Ich meine, für mich ist das jetzt noch nicht so lang her wie für euch vielleicht. Wie gesagt, ich... Ich habe jetzt hier mehrere Wochen im Voraus aufgenommen, aber... Ich muss die Zauber loswerden, das geht so nicht. Ich muss die Zauber loswerden und muss dann irgendwie schauen, dass ich hier auch mal die Brücken wieder einnehme. Also ich denke, wir haben immer noch eine ordentliche Chance, das hier zu gewinnen. Aber wir sind hinten dran bei den Erfahrungspunkten, das ist natürlich nicht gut. Ah, schade, dass der nicht mehr explodiert ist, das wäre natürlich schön gewesen. Mhm, das ist jetzt gut gelaufen für uns. Wir haben jetzt dem Raketenwagen auch ein bisschen Deckung gegeben, zumindest. Ja gut, das ist ja trotzdem hinüber. Aber jetzt können wir mal ein bisschen Druck machen hier. Ein bisschen Schaden anrichten. Dann wird bei unserem Gegner so langsam das Zittern anfangen. Ja, ja, jetzt ist er schon ziemlich am Ende. Ja, okay. Passt schon, passt schon. Habe ich nicht perfekt gespielt, aber ich meine, das ist jetzt auch... Die erste Runde ist immer so ein bisschen chaotisch im Draft, wenn man noch nicht so richtig auf das Deck eingestellt ist. Hoffen wir, dass die zweite Runde ein bisschen weniger chaotisch wird. Den Turm, dieses Lasergeschütz... War das das Lasergeschütz, was ich gespielt habe? Mal kurz... Moment mal kurz. Ja, ja, genau, das Lasergeschütz. Das habe ich versemmelt. Das war blöd. Ich meine, es hat schon noch irgendwie was gebracht, so ist es nicht. Aber... Nachdem ich dann sowieso danach die Betäubungs-Ulan gespielt habe, war es irgendwie... Naja... Nicht die effizienteste Art zu spielen. Naja, gut. Immerhin gewonnen. So... Wir könnten damit... die Brücken einnehmen. Ich... Ja, ich glaube, ich werde es mal so machen, auch wenn das ein bisschen Verschwendung ist, diese Einheiten dafür herzugeben, aber... Irgendwo muss man mal den Anfang machen. Oh, es ist so schön! Das ist mein Lieblings-Ulan! Hat die irgendwelche neuen Sound-Files bekommen, Meloine? Wenn ja, muss ich sagen, die hören sich furchtbar an. Das war jetzt kein neuer, das... Das kenne ich schon, aber es ist gerade eben... Das hat sich irgendwie neu für mich angehört, aber vielleicht ist das auch wieder so eine Sache... So eine Sache, die sich für mich neu anhört. Weil ich es wieder vergessen habe. Ich meine, ich komme halt auch in das Alter langsam, indem man Dinge einfach vergisst. Das ist halt einfach so. Das passiert. Quatsch, Quatsch, Quatsch. So. Ähm, was machen wir da drüben? Schauen wir mal, dass wir den wegbekommen, den Typen hier. Ah, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Naja, gut. Er ist trotzdem tot und wir haben die Brücke noch. Mh, das mag ich nicht so gerne. Ich hätte diese Brücke gerne behalten. Ähm, das will ich eigentlich jetzt noch nicht... Okay, warten wir nochmal kurz. Ah, scheiße. Okay, der wird nach oben laufen. Das heißt, wir können die da unten auf diese Weise fertig... Oh, das ist dann doch nicht so gut gelaufen. Schauen wir mal, dass wir den so wegbekommen. Okay. Raketenwagen hierher. Den Typen hierher. Noch ein bisschen Unterstützung vielleicht. Ah! Den muss ich jetzt aber dann schon mal irgendwie angeben, diesen Typen hier. Diesen Zauber habe ich noch überhaupt nicht eingesetzt, das Schicksalsrad. Da muss ich auch dran arbeiten. Okay, da oben könnten wir jetzt das Schicksalsrad einsetzen. Aber ich, ja... Ich bin jetzt gerade noch nicht so sicher, ob es sein muss. Dann schicken wir es jetzt mal da runter. Den können wir auch kurz betäuben. Geht noch ein bisschen... Ja... Ja... Ja, das geht schon. Das sieht okay aus, soweit. Er kommt jedenfalls nicht weit. Wie sieht's... Ah, wir sind aber tatsächlich hinten dran bei den Erfahrungspunkten. Weiß nicht, wie ist das immer noch... ...so schwierig ist für uns. Das ist wieder nicht explodiert. Mist. Ah, was machen wir mit diesem Typen hier. Ich wusste nicht, dass unser Gegner eine Wolke hat. Wenn ich das gewusst hätte, dann... ...hätte ich natürlich ganz andere Maßnahmen ergriffen. Oh je, wir sind ziemlich am Ende. Ähm... Irgendwie hatte ich immer noch das Gefühl, wir müssten es eigentlich schaffen. Aber irgendwie... Ähm... Es läuft schlechter, als ich... ...als ich dachte. Wir sind auch bei den Erfahrungspunkten nicht vorne dran. Wir sind irgendwo vorne dran. Wir sind einfach schlechter. Aber wieso habe ich das jetzt nicht weiter nach vorne gepackt? Das ist doch wirklich... ...cool shit. Ja gut, hier können wir jetzt mal dieses Ding benutzen. Aber jetzt bekommen wir halt wirklich Probleme. Unser Gegner ist auf Mana-Frenzy und ihr sitzt nicht. Er hat auch die Brücken und wir haben sie da natürlich dementsprechend nicht. Ähm... Das wird jetzt nicht mehr... Das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Wir werden diese Brücken nicht mehr holen. Das ist eigentlich eine Runde, bei der ich gedacht hätte, das müsste funktionieren. Aber irgendwie... Unser Gegner hat... ...hat die Angriffe oder hat meine Karten viel besser gekontert, als ich es irgendwie... ...erwartet hätte. Und ja... Ja, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft hatte, das... ...hatte natürlich auch... Also das Schicksalsrad, das hat wirklich meine Hand blockiert. Das hätte ich schon viel früher mal einsetzen müssen. Es gab durchaus Gelegenheiten, das einzusetzen. Also das war... ...eine Fehlleistung, wie sie es so durchs ganze Spiel gezogen hat. Aber dann muss es noch mehr... Ich muss noch mehr Fehler gemacht haben. Das kann nicht alles gewesen sein. Vielleicht habe ich auch den hier nicht ordentlich eingesetzt. Den Vernichter. Ja, das ist jetzt nicht die optimale Einheit hierfür. Aber ich muss irgendwas spielen und ich muss noch die Brücke nehmen. Dann bin ich wieder zu einem Rückstand geraten und dann durch Mana Frenzy mit meines Gegners verlieren. Das muss ich jetzt wirklich... Ja gut, das war natürlich auch wirklich einer der größten Fehler in der letzten Runde, dass ich da... ...nicht genug auf die Brücken aufgepasst habe. Weil letztens haben wir dadurch ja verloren. Und es explodiert wieder nicht. Wir haben es wieder nicht geschafft. Das ist nicht gut. Können wir den vielleicht endlich mal töten? Das ist ja furchtbar, wie lange das dauert. Das ist ja auch ein Mist, diese Einheit hier hinzuspielen. Aber vielleicht erwische ich den noch, bevor er irgendwas machen kann. Naja, gerade noch so. Ach scheiße, ich habe schon wieder... Ich muss irgendwas spielen, ich muss irgendwas spielen. Ich hatte zu viel Mana auf der Hand. Vielleicht können wir jetzt sogar den hier noch nach an spielen. Ah, Mist. Der hat mich jetzt ordentlich erwischt. Aber vielleicht... Ja, der ist jetzt mal explodiert endlich. Das ist immerhin etwas. Aha. Dann ist das nicht gut. Aber es geht. Ach, scheiße. Den da unten habe ich... Boah, mein Idiot. Den hätte ich sofort erledigen müssen, solange er noch verletzt war. Und hier unten immer hätte ich den wieder... Stehen lassen dürfen, dass er sich nochmal erholt. Aber das ist... Das ist... Ich meine, es ist jetzt nicht grauenvoll. Wir können damit leben, aber... Das hätte trotzdem nicht passieren sollen. Ja, so langsam ist unser Gegner hier wirklich unter Druck. Ich muss ein bisschen was spielen. Na gut, das setzt ihn jetzt natürlich nicht so sehr unter Druck. Den muss ich wegkriegen, bevor er hier noch meinen... Arkan-Golem erwischt. So, jetzt ist es Zeit, dass wir hier noch mehr Druck machen. Direkt auf den Turm. Ja, ich denke, das sollte jetzt wirklich ein Sieg sein. Das sollte nicht mehr schief gehen. Ja, ja, und diesmal waren wir wirklich souverän. Wir hatten noch fast, fast volle Lebenspunkte. 2.945 waren wir... Also das ist okay. Es war eine insgesamt souveräne Leistung. Es war kein wahnsinnig schneller Sieg. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geschaut, aber es war kein wahnsinnig schneller Sieg. Aber es war ein ziemlich sicherer Sieg. Und das zählt letzten Endes. Ja, ist gut, ich sehe es. Ach, da habe ich mir jetzt wieder die Belohnung nicht abgeholt. Na gut. Ich muss mal kurz nachschauen, ob die Aufnahme überhaupt ordentlich funktioniert. Habe ich das überhaupt? Ja, ja. Also es nimmt jedenfalls was auf. Wie die Tonqualität nachher ist, das wird sich zeigen. Ich nehme mal wieder mit Ventilator im Hintergrund auf. Beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, hat es relativ gut funktioniert. Es kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, wie direkt der Ventilator reinbläst ins Mikrofon. Es sollte einigermaßen klappen. Aber, naja, wird sich zeigen. Ja, gut, ich meine, die Betäubungssolane, naja, der hat jetzt auch noch etwas Unsichtbares hingespielt. Okay, okay, okay. Na, den hätte ich jetzt vielleicht wirklich nicht spielen sollen. Das war irgendwie reflexhaft. Noch niemand hat die obere Brücke angenommen. Ich glaube, ich werde das jetzt mal nachbessern. Wir sind hier momentan auf jeden Fall im Vorteil. Naja, was da oben jetzt passiert ist, das ist nicht so richtig, das war nicht so richtig günstig. Ähm, aber auch keine Katastrophe, nicht ganz optimal. Okay. Haben wir also noch einen Stixi, den wir irgendwie erliegen. Achso, wir sind schon. Das ging jetzt schneller, als ich irgendwie... Ich hatte nicht im Blick, dass unser Gegner schon so dermaßen bestätigt ist. Hätte ich natürlich im Blick haben sollen, aber... Naja, gut, was soll's. Was soll's. Habe ich mal wieder gewonnen, ohne es zu marken. Kommt ab und zu mal vor. Hol' ich mir hier wenigstens die Belohnungen. Hol' ich mir auch hier die Belohnungen. Okay. Ja, immerhin schon mal... Das sind ja noch mehr Belohnungen. Mein Gott. Ja, gut, nach der nächsten Runde dann. Ja, also immerhin schon mal drei Siege. Jetzt noch ein Vierter, dann habe ich das Minimalziel wieder erreicht. Und muss mich nicht schämen. Ich meine, für die eine Niederlage, die war jetzt wirklich... Also, so ein bisschen schämen kann man sich dann schon trotzdem noch. Für die einzelnen schlechten Leistungen, aber nicht für die Gesamtleistung. So, vor allem jetzt noch ein Spiel gewinnen, wie gesagt. Okay, ja, wenn ich's besser gesehen hätte, dann hätte ich den natürlich weiter hochgespielt. Naja, es war schon zu spät, offensichtlich. Na, warte, das ist zu spät. Ah, das ist ungünstig. Kriegen wir das noch so hin, dass der vielleicht nach oben läuft? Nee, kriegen wir offensichtlich nicht mehr hin. Und den, ich hab nichts gegen den. Ich hab nichts, was ich gegen den tun könnte im Moment. Jetzt hab ich was, was ich gegen den tun könnte. Aber das war jetzt halt schon zu spät. Und ja, auch das hier war nicht gut platziert. Der ist jetzt da nochmal... Ja, hat sich hier umbringen lassen von diesem Typen. Mein Arkan-Golem. Das war jetzt alles... Alles gerade so, dass es nicht gepasst hat. Ich liebe diesen Typen. Ja, ich liebe diesen Typen. Ja, ich liebe diesen Typen. Bei diesem Deck hier. Ich hab einfach zu wenig starke Nahkampfeinheiten, die jetzt hier irgendwie solchen Einheiten hier Deckung geben könnten. Da muss ich solche Schwächlinge hier spielen. Wobei, ich mein, hier wäre nicht mal wirklich Deckung nötig gewesen, weil... Ah, scheiße. Jetzt hab ich wieder nichts gegen den da. Der ist jetzt eigentlich schon ziemlich gut beschädigt, aber... Ich kann nichts gegen ihn tun. Nein, nein, das wollte ich eben nicht... Ah, verdammt nochmal. Ah, kannst du jetzt einfach einmal dieses Ding da... Nein. Oh, mein Gott. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das ist nicht so... Die Einheiten sind nicht wirklich dahin gespielt worden, wo ich sie eigentlich hinspielen wollte. Trotzdem war das natürlich auch taktisch keine Meisterleistung. Ja, auch das war taktisch keine Meisterleistung. Ja, die Drohne macht mich einfach fertig. Die macht mich fertig. Aber ich kann jetzt nicht noch mehr auf die Drohne hetzen. Ich muss jetzt hier auch schauen, dass ich verteidige. Ich hab einfach nicht genug, um jetzt diese... Diese ganzen Lufteinheiten und so weiter... Hier abzumurzen. Mir fehlt da einfach ein bisschen was. Nicht viel, aber... Ein bisschen was eben doch. Okay. Ja. Das hab ich jetzt auch wieder da oben hingespielt und dann wurde es hier gespielt. Also irgendwie läuft das nicht ganz präzise. Ich mein, das war jetzt in diesem Fall nicht wirklich wichtig, aber es ist auffällig, dass die Dinger nicht wirklich dahin kommen, wo sie hinkommen sollten. Und schon wieder die Drohne. Naja. Ja, mit der hab ich halt wirklich, wirklich richtig große Probleme. Schneller, 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 schneller. Ja, das hat sich dann lieben, oder? Und ich erwisch die Karte wieder mal, nicht? Naja. Okay. Wir müssen den hier betäuben. Und zwar schnell. Sonst bekommen wir da Riesenprobleme. Die juez sind Probleme. Okay. Nein. Jetzt habe ich endlich mal die richtige Einheit auf der Hand, um diese scheiß Drohne zu erledigen. Leider würde ich auch nicht mehr lange halten, diese Einheit. Ah, scheiße, das ging ins Leere. Das ist Mist. Kann ich mir eigentlich nicht leisten, so einen Zauber zu verschwenden in der momentanen Situation. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Ja, Mana Frenzy toll, aber ich kann nichts damit anfangen, weil ich nichts auszuspielen habe gegen dieses Ding hier. Wir haben beide Mana Frenzy insofern, das ist gerade egal, wir müssen es halt einfach, ja, das Duell wird jetzt darauf hinauslaufen, wer die Brücken irgendwie halten kann. Und es scheint im Moment nicht ich zu sein. Na doch, vielleicht schon. Na, vielleicht auch nicht. Da würdest du einfach die Brücke einnehmen, du verdammtes Ding. Ach, wieso lebt das immer noch? Verdammt nochmal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, das kann wahr sein, ich habe mir die Brücken abnehmen lassen, das ist tödlich. Absolut tödlich in dieser Situation. Obwohl, ich habe mir eine Brücke zurückgeholt, aber eben nur eine. Ja, da oben ist die zweite. Aber jetzt habe ich hier zu viel Schaden genommen, oder? Ja, na, na. Ah, das hätte nicht verloren gehen müssen, verdammt nochmal. Ach, vielleicht hätte ich mich auch mehr auf den Turm konzentrieren sollen, dass ich einfach mehr Schaden anrichte. Nachdem schon Mana Frenzy da war. Ach, das hätte echt nicht sein müssen. Ich habe dann wirklich... Ja, ich war auch ein bisschen zu langsam beim Ausspielen der Karten, das waren doch wirklich... Sekunden, die dann drüber entschieden haben. Also es ist mir mehrmals passiert, dass irgendwie eine Karte einfach ein bisschen zu spät kam von mir. Und ich dann eben dadurch auch die Brücken nicht mehr so gut halten und zurückerobern konnte, wie es eigentlich mit meinen Karten möglich gewesen wäre. Ich war ein bisschen zu langsam. Zum Teil hat auch das Spiel ein bisschen zu langsam reagiert. Und das reagiert heute irgendwie nicht so, wie es sollte. Ähm, aber das ist jetzt nicht... Ich glaube nicht, dass das die Ursache war, sondern ich war einfach tatsächlich ein bisschen zu langsam. Das hätte ich hinkriegen können. Masters, get ready! Wenn ich die Brücken ein bisschen besser gehalten hätte. Let's go! Ich bin bereit! Na gut, schauen wir, dass wir diesmal die Brücken irgendwie bekommen. Mal einen kleinen Anfangsvorteil uns rausholen. Aha. Ach, scheiße. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es mir aufhatte. Überhaupt nicht. Ja, und dann kann es das hier doch noch eine sehr, sehr peinliche Sache werden, wenn ich jetzt dieses Spiel hier auch noch verliere. Und dann sieht es im Moment aus, weil das ist kein guter Start. Das ist natürlich noch ein bisschen zu früh, hier schon aufzugeben, aber... Naja, gut, der ist betäubt. Ich habe keine Einheiten, ich habe keinen Mana, um irgendwas zu spielen. Alles ist betäubt von mir. Da kommt immer Nachschub von meinem Gegner, der kann im Grunde einfach darauf warten, dass ich hier abkratze. Ja, und das ist jetzt eigentlich schon zu spät. Was ich jetzt hier an Antworten finde, das ist eigentlich schon zu spät. Und das ist nochmal... Wir haben jetzt schon einen zu großen Nachteil im Grunde, wobei der Erfahrungspunkte-Nachteil ist jetzt noch nicht so groß. Und vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen. Aber ich meine, es sieht deutlich schlechter aus als in der letzten Runde am Anfang und... Ach, scheiße. Na ja, auch das hier. Ist alles andere als optimal. Na ja, ist natürlich auch scheiße. Okay. Ja, und auch das hier ist scheiße. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, jetzt müssen wir schon schauen, dass wir die Brücken ein... Jetzt sind wir schon unter Druck, die Brücken einzunehmen, weil wir schon einen Rückstand haben eben. Wir dürfen uns da eigentlich schon nichts mehr erlauben. Na gut, das haben wir jetzt mal ordentlich wegbekommen, wenn wir mal hin. Ja, meine Lebenspunkte sind auch schon viel zu niedrig. Also auch da darf ich mir überhaupt nichts mehr erlauben. Schauen wir, dass wir bei unserem Gegner übrigens auch noch ein bisschen... Oh, shit. Ja gut, dann müssen wir das hier so regeln. Oder es zumindest versuchen. Da oben warten wir jetzt nochmal ein bisschen. Bis der hier runterkommt. Naja. Das ist nicht so gut da unten. Ich muss irgendwas spiegeln demnächst mal. Oh, das hat sogar funktioniert. Dann hätte ich da gar nichts mehr hinspielen müssen. Das ist ein bisschen schade, dass ich das unnötig gemacht habe vor allem. Aber ich habe jetzt hier diesen Wagen vollkommen ungedeckt gelassen. Das ist natürlich Bullshit. Naja, das ist extra Bullshit. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, nee, wir verlieren hier tatsächlich. Das ist einfach nicht gut, weil ich hier spiele. Es ist einfach nicht gut, auch jetzt wieder den hier ungedeckt hinzuspielen, aber ich habe nicht viel anderes, das ich spielen könnte. Okay. Pourquoi TF1-B człaled match. Yeah, Marcel Boy. Ja, ich habe ihn über mir gedacht. Nein. Eins. Nein. Ne 검 pitches antigen. Nein. 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 Ja, ja, wieder den Wagen der Ungeschützten gespielt. Ich habe halt wirklich nicht die ganz große Auswahl. Werde ich hier irgendwas machen müssen? Ich meine, ich halte mich jetzt gar nicht mal so mies, aber ich hoffe, dass wir eigentlich schon fast tot waren die ganze Zeit, aber es wird halt doch am Ende nicht reichen. Ach, scheiße, ich muss den hier wieder, hm, muss den hier irgendwie freikriegen. Sonst habe ich da ein Riesenproblem. Also wir machen es zumindest noch mal spannend. Und hier haben Manafrancy unsere Gegner aber auch. Das ist dann wieder die Frage, wie gut schaffen wir es hier, die Brücken zu halten. Im Moment geht es so. Quatsch, ich trottelte, wieso habe ich da jetzt dieses Ding hingespielt? Das war der Blödsinn. Ach, mein Gott. Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Oh, mein Gott. Ich habe einfach irgendwas hingespielt. Und habe überhaupt nicht aufgepasst. Und jetzt sind wir wieder am Ende. Wir sind am Ende. Das war's. Wir hatten es eigentlich schon fast gedreht. Und dann spiele ich die blödeste Karte, also wirklich die bescheuertste Karte. Quasi die Selbstmordkarte. Ich hatte quasi... Es ist quasi, als hätte ich meinem Gegner das Messer an die Kehle gehalten und dann hätte ich sie umgedreht und einfach mir selbst ins Herz gestochen. Also... Ah. 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 Ja, das ist jetzt so der Moment, wo man sich fragt, will ich diese Episode wirklich veröffentlichen? Will ich das wirklich? Will ich, dass man mich so sieht? Die Antwort ist nein, aber vermutlich werde ich es trotzdem tun. Nicht mal so sehr aus Zeitmangel. Also auch so ein bisschen aus Zeitmangel, weil ich natürlich noch ein paar Sachen aufnehmen muss und ein paar Sachen zu erledigen habe, bevor ich wegfahre. Aber auch deswegen, weil es halt irgendwie dazugehört, dass man auch die schlechten Episoden veröffentlicht. Und nicht nur zum Angeben die guten. Und das war jetzt halt wirklich eine ganz miese Leistung. Wobei... Es war eigentlich eine gute Leistung, überhaupt nochmal zurückzukommen, weil ich hatte schon richtig schlecht angefangen in dieser Runde. Weil dann bin ich nochmal zurückgekommen und war eigentlich schon dran, das nochmal zu drehen. Und dann... Oh mein Gott. Da mache ich es wirklich so dermaßen alles falsch. Also das... Ich hatte ja schon beide Brücken bei Mana Frenzy. Ich hatte ja schon beide Brücken. Und hätte nur versuchen müssen, sie zu halten. Oder wenigstens eine davon zu halten. Und ich habe es hingekriegt, dass ich wirklich mir selbst in den Rücken falle. Äh, naja, gut. Ähm... Konzentrieren wir uns auf den Mannschaftskampf, den wir jetzt hier... Wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Ja, weiß schon. Gut, also im Mannschaftskampf lief es in letzter Zeit immer gut. Ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir auf einem relativ niedrigen Niveau spielen im Moment. Ähm... Aber trotzdem... Also da kamen wir gut zurecht. Das ist jetzt natürlich schade, was hier gerade abläuft. Na, Mist. Nein, 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 du solltest nach oben. Ah, Mist. Wollte, dass der da oben... Das ist scheiße. Ja, das kam jetzt zu spät, leider. Nein, das ist nicht die Karte, die ich wollte. Das ist die Karte, die ich wollte. Und jetzt kam sie auch schon wieder zu spät. Ich habe auch wirklich heute ein Problem, mit den richtigen Karten einfach nur in die Hand zu bekommen. Und das ist ja wirklich meine Schuld. Ich weiß nicht, was da heute mit mir los ist, dass ich da derartige Konzentrationsprobleme habe. Oh, scheiße, jetzt hätte ich schon gar nicht mehr spielen müssen, jetzt auch sagen, schon zu spät. Na, was machen wir jetzt da unten? Wir müssen ein bisschen beteiligen hier auf jeden Fall. Der Feuerball war jetzt auch unnötig. Also, das bin ich hier, bin ich ja wenigstens mal nicht der Einzige, der Fehler macht. Das gibt mir einerseits ein bisschen besseres Gefühl, aber andererseits hilft es halt nichts. Ja, der war jetzt auch schon zu spät. Ich bin zu langsam, ich bin zu langsam heute. Mit allem, was ich spiele, bin ich zu langsam. Alles wird mit mir enden. Das ist okay, was da oben abgeht. Was da unten abgeht, ist nicht so ganz okay. Ja, nee. Zu spät oder um was zu warten. Wobei, jetzt, jetzt könnten wir hier mal was machen. Nein, 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 sollte nicht alle auf den hier... Ich dachte, sie würden auch vielleicht ein oder wenigstens auf den Grabstern gehen. Ich weiß nicht, wieso sie alle auf den Gegner gegangen sind. Da ist mir wahrscheinlich jetzt wieder mal irgendwas entgangen. Ist das immer so? Dass die Einheiten zuerst auf den Gegner und dann erst auf den... Gibt es ja irgendwie so eine Art Priorisierung. Ich glaube, ich muss mir mal die Karte genauer anschauen. Weil das wäre gut zu wissen. Das sieht scheiße aus hier für uns. Okay. Ähm... Also, der Sildendieb sollte jetzt mal hier ein bisschen zu was kommen. Naja, da ist auch zu was gekommen. Also, der Sildendieb sollte jetzt mal hier ein bisschen zu kommen. Okay. Okay. Ja, doch, das durften wir schon auch hinkriegen. Es war jetzt auch ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt hier auch noch verliere. Also, irgendwie... ...will ich ja schon auch mal was gewinnen heute. Und mich nicht nur für jede Runde schämen müssen. Ja gut, da hätte ich ein bisschen schneller was dagegen machen sollen, da unten. Hm... Das war jetzt eigentlich auch schon zu spät, was ich da gemacht habe. Das war schon wieder nicht so gut. Das war schon wieder ein bisschen nachlässig. Aber ich denke, wir sollten das eigentlich einigermaßen hinwegkommen. Ja... So sicher bin ich mir jetzt inzwischen nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich kann, glaube ich, hier... ...auf diese Seite diesen Drachen, das kann ich hinkriegen. Und nicht auf der anderen Seite dann noch. Aber es ist auch nicht nötig. Die andere Seite ist relativ okay. Ach, scheiße, die habe ich jetzt total verstandert, diese Karte hier. Ja... Die Drachen haben ja wegbekommen, das ist... Das ist okay so. Das müssen wir schon auch schauen, dass wir... Äh, selbst mal irgendwie... ...zu einem Angriff kommen. Nicht einfach nur verteidigen. Ja, leider hat das nicht so richtig funktioniert. Ach, scheiße, was... ...das klappt alles nicht so richtig. Ja, unser Gegner ist... Wir sind aber beide auf Mana Frenzy. Wir müssen einfach nur eine Perücke erobern. Unser Gegner ist halt schon ein bisschen länger auf Mana Frenzy. Das ist das Problem im Moment. Wir verlieren wieder durch Mana Frenzy. Das scheint im Moment... Ja. Genauso sieht es aus. Wir verlieren durch Mana Frenzy. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wir brauchen unbedingt die scheiß Brücken. Das andere wäre im Moment eigentlich ziemlich egal, ob ich kriege die scheiß Brücken nicht. Ja, ne... Ich versuche alles, die Brücken irgendwie zu kriegen, aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Jetzt kann ich sie vergessen. Wir verlieren tatsächlich auch diese Runde. Äh. Jetzt bin ich langsam so an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht... Vielleicht werfe ich die Episode doch lieber weg. Da ist nichts mehr zu machen. Wir haben nur noch sechs... Ja, genau. Sechs Lebenspunkte. Ah, vielleicht hätte ich auch diesmal wieder... Nicht mehr auf den gegnerischen Turm konzentrieren sollen, die... Da einfach die Zauber draufwerfen sollen, aber ich glaube... Hätte nicht gereicht. Hätte nicht gereicht von der Zeit her. Wenn wir dann die... Jetzt bin ich so, wenn man da noch abgestiegen ist. Das passt. Das passt zu dieser Episode. Ach. So viele Runden verloren, die man nicht hätte verlieren müssen heute. Das hätte wirklich eine viel, viel bessere Episode werden können. Niemand von ihnen hat die Wille, zu tun, was er getan hat. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr. War überhaupt ein Spiel dabei, wo ich so richtig deutlich verloren... Ja, doch, ich glaube schon. Da war schon auch noch was dabei, wo einfach wirklich die Gegner besser war, aber... Naja, schon ein bisschen zu spät eigentlich. Gut, den Vorboten hier, den kriegen wir weg. Der Typ hier, der wird nicht sehr lange... Das ist Mist. Ich bin aufgeregt. Ähm... Ja gut, gegen den müssen wir jetzt irgendwas machen, gegen diesen Typen hier. Ich habe nicht richtig getroffen, es tut mir leid, ich habe einfach nicht richtig getroffen. Und habe ihn damit noch weiter gefüttert, im Grunde. Und ich habe nichts auf der Hand, um ihn ja... Das ist jetzt aber schon zu spät. Äh... Es läuft einfach nicht gut heute. Dich kriege ich aber weg. Das lasse ich nicht mehr mehr machen, das... Also irgendwann... Ist dann auch mal gut. Na komm, ich erwische mal wieder die Karte nicht. War es in diesem Fall nicht schlimm, aber trotzdem. Ich dachte gerade eben schon, vielleicht hätte er irgendwie... Ein Disconnect oder so, weil sich hier nichts mehr bewegt hat, aber das hatte alles seine Richtigkeit. Das war alles zauberbedingt. Ich spiele wirklich zu langsam heute mit... Bei allem, was ich... Mache, bin ich ein bisschen zu langsam. Na, der ist betäubt, das ist gut. Das ist gut. Aus diesem Haus hier wird auch nicht mehr viel rauskommen, das ist auch gut. Mein Mitspieler hatte... Ja... Okay, jetzt hat er es gecheckt. Dass er zu viel Mana hatte. Ja, wieder erwischte ich die Karte nicht, also mein Gott. Okay, was machen wir mit diesem Typen hier? Haben wir weggekommen, das ist gut. Er wird auf jeden Fall nicht an unserem Turm explodieren. Egal wo er explodiert, aber nicht an unserem Turm. Also diese Runde werden wir jetzt wirklich gewinnen. Da ist jetzt, glaube ich, nichts mehr zu machen für unseren Gegner. Ach, ich habe quasi nur die Spiele gewonnen, die ich unmöglich hätte verlieren können. Ähm... Ja, wobei selbst da wäre wahrscheinlich noch irgendwie... Ja, wobei selbst da wäre wahrscheinlich noch irgendwie... Naja... Naja... Niederlagen hätten sein müssen. Also sowohl im Draft als auch diese eine... Mannschaftskampfrunde, das war nicht toll. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Ich könnte sogar noch versuchen, noch eine Runde reinzuquetschen. Aber ehrlich gesagt, nie. Bei der Leistung, nie. Das tue ich mir nicht an und tue ich auch uns nicht an. Das kann ja nur schlechter werden. Nee, belassen wir es dabei. Und nächste Woche, beziehungsweise nächste Aufnahme, dann wird es hoffentlich besser. Dann tschüss und bis bald. Euer Gerhard Lohr.